Hi, hier ist wieder Chris und in diesem Tutorial zeige ich euch, wie ihr in Google Tabellen die Array-Formel in Verbindung mit einer einfachen Wenn-Funktion anwenden könnt. Wer die Array-Formel bisher noch nicht kennt, der sollte sich am besten einmal das vorherige Video dazu anschauen, denn da zeige ich, wie man das anhand von ganz simplen Beispielen machen kann und zwar nicht mit der Wenn-Funktion, sondern einfach mit der Funktion Summe. Also wirklich sehr, sehr easy. Der Link, der wird oben jetzt eingeblendet und hier in diesem Tutorial geht es halt um die einfache Wenn-Funktion. Ist nicht super kompliziert, aber schon ein bisschen komplizierter wie im letzten Tutorial und ich sage auch deswegen nur die einfache Wenn-Funktion, denn im nächsten Tutorial wird es noch mal eine Stufe schwieriger, weil da zeige ich auch, wie das mit verschachtelter Wenn-Funktion funktioniert und wenn ihr euch die Formulierung schon anschaut, dann wisst ihr, ist das schon relativ heavy. Hier wie gesagt total easy, für dich jedenfalls mit der einfachen Wenn-Funktion. Ihr seht ja schon, ich habe hier auf der linken Seite einfach nur ein paar Zahlen und ich will das so machen, dass die Wenn-Funktion einfach überprüft, ob hier ein Plus drin steht und wenn dem so ist, dann soll entsprechend gerechnet werden. Also 1 plus 10 zum Beispiel. Wenn kein Plus in der Zelle steht, dann soll Minus gerechnet werden. Also mit der Wenn-Funktion haben wir genau die Möglichkeit, das zu unterscheiden. Wenn man die Array-Formel noch nicht kennt, dann würde man das folgendermaßen machen. Ich mache das jetzt einfach mal. Ich wähle mir die Zelle aus, wo ich das berechnen will oder wo ich das ausführen möchte und gebe ein Gleichheitszeichen ein, schreibe dann einfach Wenn-Klammer auf und prüfe erstmal den Wahrheitswert. Ich will ja wissen, ob hier in Zelle B1 Plus drin steht. Also wähle ich diese Zelle oder schreibe das händisch rein. Ich klicke hier rauf. B1 wird eingetragen und ich will wissen, ob das gleich Plus entspricht. Also in Anführungszeichen, weil es um Text geht. Einfach Plus geschrieben, dann wieder Anführungszeichen, dann ein Semikolon und was soll passieren, wenn das zutrifft. Also wenn der jetzt hier in dieser Zelle ein Plus findet, dann soll diese Zelle plus diese Zelle genommen werden. Das heißt A plus C. Ihr seht hier oben an der Vorschau schon was rauskommt. Eben 11. Dann geben wir noch ein Semikolon ein und wir müssen jetzt noch eintragen, was passieren soll, wenn das nicht übereinstimmt. Also wenn dort nicht Plus steht. Ja, genauso einfach. Ich wähle diese Zelle, also A1 minus diese Zelle, weil wir haben ja nur Plus und Minus. Also wenn er kein Plus findet, wollen wir, dass Minus zum Berechnen benutzt wird. Klammer zu und Enter gedrückt. Und dadurch, dass das relative Bezüge sind, ich zeige das mal ganz kurz, hier seht ihr keine Dollarzeichen, also alles relative Bezüge, können wir das Ganze über den kleinen Anfasser hier runterziehen. Ich mache das mal zack und überall steht das korrekte Ergebnis. Also 10 minus 100 ist 90, 11 plus 110 ist 121 und so weiter. Bei der Array-Formel ist das ähnlich. Ich lösche das Ganze mal, also einfach markieren und löschen. Und um die Array-Formel jetzt anzuwenden, ja, machen wir folgendes. Wir markieren jetzt den Bereich, wo wir überall ein Ergebnis haben wollen, geben dann ein Gleichheitszeichen ein und werden wieder mit der Wenn-Funktion das Überprüfen, ob da ein Plus drin steht. Also wenn geschrieben, Klammer auf. Und diesmal gehen wir nicht eine Zelle an, sondern wir müssen ja wieder einen ganzen Bereich wählen. Ihr kennt das ja aus dem anderen Tutorial. Wir arbeiten sozusagen zeilenweise Listen ab. So müsst ihr euch das ungefähr vorstellen. Das heißt, aus dieser Liste hier will ich erstmal überprüfen, ob dort Plus vorkommt. Das heißt, ein Gleichheitszeichen in Anführungszeichen plus eingetragen, Anführungszeichen oben, dann ein Semikolon. Wir wollen ja, wenn ein Plus gefunden wird, die Sachen addieren. Das heißt, wir geben die nächste Liste an, nach dem Semikolon. Diese Liste plus diese Liste. Zack. Dann ein Semikolon. Und jetzt kommt der Bereich, wenn kein Plus gefunden wird. Da wollten wir so machen, dass dieser Bereich minus diesen Bereich genommen wird. Zack. Klammer zu. Und ich erkläre das nochmal ganz kurz. Über die Wenn-Funktion prüfen wir, ob innerhalb dieser Liste, die zeilenweise abgearbeitet wird, ein Plus vorkommt. Wenn ein Plus vorkommt, dann wird hier wieder zeilenweise diese Bereiche, also diese Bereiche werden zeilenweise abgearbeitet. Und wenn hier jetzt ein Plus gefunden wird, wird aus der Liste dann halt 1 plus 10 genommen. Beim nächsten Plus wird 3 plus 30 genommen und so weiter. Alles zeilenweise berechnet. Deswegen die gesamten Bereiche, die wir hier mal aufziehen. Wenn kein Plus gefunden wird, dann wird Minus gerechnet. Dafür haben wir ebenfalls diese Bereiche angegeben mit dem Minus dazwischen. Das heißt, zahlenweise wird abgearbeitet, wird Plus gefunden, wird Plus berechnet, wird kein Plus gefunden, wird halt der zweite Parameter angewendet. Also besser gesagt, hier in dieser Formel der dritte Parameter und Minus gerechnet. Um das Ganze jetzt abzuschicken, können wir nicht einfach nur Enter drücken, sondern wir müssen wieder die Tastenkombination drücken und zwar Steuerung, Shift und Eingabetaste oder Steuerung, Großschreibtaste und Enter. Zack, gedrückt. Dann kommt automatisch eine Formel hinzu und zwar Array Formula, also eine Funktion. Dort wird dann jetzt das eingetragen, was wir gerade gemacht haben. Und wir müssen jetzt noch mal Enter drücken. Ich schließe das mal ganz kurz. Und wenn wir jetzt noch mal Enter drücken, zack, dann wird überall das korrekte Ergebnis eingetragen. Hier hatten wir ja auch 10 minus 100 sind 90. Und das Coole ist halt bei Array Formeln, ihr könnt nicht einfach nur Werte überschreiben oder löschen. Die hängen zusammen und das ist halt auch die Stärke von so einen Array Formeln. Die Formel selbst steht hier oben und trägt das Ergebnis automatisch hier in den gesamten Bereich ein. Das heißt, wenn ihr jetzt hier zum Beispiel mal durchklickt und hier oben schaut, steht hier nur das Ergebnis drin. Das heißt, wenn ich jetzt hier reinklicke und Entfernen drücke, dann verschwinden auch alle Ergebnisse, weil nur die Formel hier in dieser Zelle steht, aber überall automatisch das Ergebnis hier einträgt. Ich gehe nochmal zurück, zack. Und ihr habt gesehen, eigentlich nicht ganz so schwierig. Wenn das jetzt wirklich viel zu leicht war, wie gesagt, ihr kann sich das nächste Tutorial anschauen. Der Link, der wird jetzt oben eingeblendet von der verschachtelten Wend-Funktion. Hier geht es dann wirklich ans Eingemachte. Ihr seht dann hier schon ineinander verschachtelte Wend-Funktion. Aber nach der Methode, die ich da benutze, jetzt hier über den Editor das Ganze aufzuschreiben. Ist das nicht ganz so schwierig. Hier, wie gesagt, ging es um die einfache Wend-Funktion innerhalb einer Array-Formel. Und ich hoffe, der ein oder andere konnte mit dem Tutorial anfangen. Ich würde mich jedenfalls freuen. Ich freue mich wie immer über einen Daumen hoch natürlich. Und wenn ich euch bei weiteren Tutorials von mir wieder sehe. Alles klar. Bis dann. Ciao, ciao. 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 Ciao.